Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft! Zusammen mit Reinhardt und David. Tschüss. Ein Spaß, Lärdunter. Tschüss. Hehehehe. Das war so ein lustiger Witz. So, die letzte Folge habe ich hier unten den Boden nochmal rausgerissen, damit ich hier das Left daraus machen kann. Und jetzt fang ich jetzt das Magierdach an. Magiertum Dach, was ich schon vorhin gemacht habe. Julli, ich habe ein Challenge für dich. Mach mal wieder eine Folge nur F5. Ach komm. Nicht beim Magiertum bauen. Nicht beim Magiertum bauen. Dann mach irgendwann anders vor eine Folge. Warum laufen hier ganz viele Kühe rum? Wo du mit links die Maus hältst. Also die Maus auf der anderen Seite der Tastatur. Ach so. Mach das mal. Hä, aber mein Kabel ist gar nicht so lang. Ja, dann vertausch das doch einfach. Nein, mein Kabel ist nicht lang genug, um das auf die linke Seite von der Tastatur zu machen. Ja, dann tu die Tastatur beiseite. Wie, ohne Tastatur oder wat? Ja. Ja, ohne Tastatur. Guck mal, ich guck mich jetzt die ganze Folge um. Ja, aber dann mit Tastatur. Ja, mit Tastatur geht nicht. Da müsste ich, wenn dann, du meinst als heißt, ich die Haut. Nee, weh dann. Also das, ich hätte der Enderman geschlagen, ne? Ich würde mich anders herum greifen, ne? Ich würde mich anders herum greifen. Das geht auch nicht. Mich hat der Enderman geschlagen. Das ist ja Endermanig. Ja, aber wohl, die müssen doch direkt Damage kriegen, oder? Wenn die runterkommen. Und dann, äh... Ja, aber wahrscheinlich hat sich... Ja, aber wahrscheinlich hat sich irgendeiner hinter dir hergebottet, oder war der drin? Der war drin. Lol. Ja, dann funktioniert die wahrscheinlich nicht mehr, weil das... Kann sein, dass irgendwie das Fallschadensystem erneuert wurde, oder? Nö. Also... Es ist... Es liegt einfach an Microsoft. Das heißt, Minecraft. Min... Minoriod. Min... Min... Minusoft, ja… Nein. Deine Minecraft. Minusoft. Die� telling mich. Richtig behindert. Microsoft. Hä, Mike, Mike. Da kommen keine Endermans mehr. Nein, curent. Nein, ich wollte das schnell machen, ich habe noch voll viel zu tun. Nein, so und dann.... Das.. von Eilert Meilshoff ist der Titel von von Whitey T die haben nämlich seitens haben nämlich nach ein paar Monaten noch das Video rausgebracht hm warum eigentlich ich verstehe das immer noch nicht wo wir aufgehört haben? also warum? ja die brauchen noch eine Pause hm wir machen auch keine Pause ja ja wir sind so auch professioneller ich aber weißt du wie lange die jetzt schon Videos am Stück gemacht haben nein das musst du ihnen auch mal zugute halten Sponsert bei Microsoft und Lern hahahaha wacht 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 hahahaha hahahaha ja ok das war grad bischen das war grad ja das war grad jetzt hab ich kein Schwert mehr ist hagenmäßig oh irgendwie freu ich mich auf die Lernparty aber ich freu mich so richtig weiß das wann weil diesmal wird's auch nicht lenken Juli diesmal wird jeder eine faire Connection haben das nächste Mal wird's bei mir auch nicht lenken wirklich weil wir können uns jetzt schon sieben Monate vorher drum und das letzte Mal hat mir eine provisorische Lösung gemacht das nächste Mal lenkt es wirklich nicht vielleicht mach ich das nächste Mal statt einer Laden Lasertag geil alter Lasertag ist bestimmt richtig geil das ist richtig geil ich liebe Lasertag hast du das schon mal gemacht? ja ich sag dir nach 10 Minuten nach 10 Minuten Lasertag du kommst dir vor als wärst du wirklich irgendwie im Krieg oder so also jetzt nicht dass es jetzt so schlimm ist wie im Krieg aber so wirklich so dass du voll mit Adrenalin bist und nach 10 Minuten schwitzt du so wie wenn du 2 Stunden oder 3 Stunden Fußball spielst ich frage mich ob das was für mich ist ich glaub das für mich aber das ist richtig doch das wirklich für jeden was mal gucken das ist awesome dann kannst du ja snipen Julian he 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 auf jeden Fall ich bin so scheiße im Snipen ich glaub in jedem Spiel wär die scheiße sein im Snipen auch in TTT hoffen war's nicht aber es muss wahrscheinlich so sein bei TTM bin ich voll gut im Snipen ja kommt TTM was ist das es ist halt mit Bogenschießen ja mein Gott gut mit Bogenschießen kannst du ganz ganz auch in TTTM mit Snipen TTT das heißt mann wo bleiben die scheiß Endermans Alter die Nummer zurück und wieder ich habe erst 19 der Welt das ist das mitgenommen das ist schon schlau als ich ja ich verstehe das trotzdem nicht mit dem du musst einfach nur lapis da reinlegen und wenn du auf level 30 brauchst du halt drei lapis oh weißt du was das die ehemalte mischung der welt wäre wenn david also unser david hier und in scop 21 kanal zusammen machen ein real life kanal julian das wäre lustig das wäre so unterschiedlich wie es nun geht ist der sehr klein oder was nein also der ist richtig ja durchtrainiert und alles so und hat keinen salat bieter ich dachte von schokolade wächst der bieter ja und von salat schrumpft da ganz genau so ist das meine freunde ja ihr könnt ja noch was lernen ich bin gerade ins Wasser gefallen Alter deswegen hast du solche Geräusche interessant ja aber dann schwimmen kann ich denke schon den Alter was das kriegen die für einen nicht mehr sparen Alter die halten voll lange durch ja ich dachte falsch hat wurde irgendwie verändert ja dann müssen sie mal neu bauen ich krieg mich ich hab nur noch drei äh vier herzen hauptsache werden da über viel eisen rein oh ja und jetzt funktioniert die nicht mehr so ne scheiße das ist das dumme an so Farms also die können immer gepatcht werden ja aber zum Glück die Eisengule in Farmen und ich glaub die Goldfarmen auch nicht wow ich glaub ich es reicht für Medizin fürs Dach doch es reicht ja ich hab jetzt 20 Jahre alt und die kommen einfach nicht mehr haupt 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 Endermann er der KD1 Scherl kriegt direkt bescheuert haupt haupt Niklas hat es wieder ein Video gemacht ne echt ja ne Montage also Survival Games und das Montage ok jetzt hat er dadurch wieder fünf Abonnenten gekriegt in einem von einem Tag alter krass bin gespannt ob der dich irgendwann einholt ja klar alter der hat 31 Videos alter aber ich bin besser als er ich hab zwei Videos hallo die Flashlight die Flashlight Gamers haben null Video selte aber ganz ehrlich nur wegen dem Namen könntet ihr schon richtig also das so ein Name der hört sich so gut an dass er berühmt sein könnte Flashlight Gamers aber ganz ehrlich ich hab irgendwie gar keinen Bock drauf also das Flash zu machen irgendwie ja musst du ja nicht machen das ist richtig geil kannst du dabei sein ja aber ich bin dabei also schon ich hab irgendwie wir haben so darüber geredet ne über so einen Kanal lassen also so was wäre wenn wir einen Kanal machen und David direkt oh lass mal machen wie soll der nennen wie soll der heißen und so hat direkt alles geplant und so ganz komisch ganz komisch ganz komisch ganz komisch ist der auch ist der auch kenn ihn lang genug ja deswegen ah ok so oh ich stelle mir gerade vor David auf einem Abo treffen von sich selbst ja ja alleine oder was ja nein ja die Leute ne er hat doch neun Abonnenten alter oder ne wie hat der 21 ne 1 20 stimmt krass ich weiß das ist sogar auswendig wir haben äh gestern mal wer bin ich gespielt mit youtube kanälen und so alter da hat er einfach mal flashlight games genommen das war so unfair meinte so ja die laden den content hoch haben die ein gaming video hochgeladen haben die irgendein video hochgeladen guck mal haben die irgendein video hochgeladen wo ein game gezeigt wurde so nein ist das äh da kann es ja kein gaming kanal sein der so doch das war so unfair komm äh lass das jetzt auch mal machen ja eine Aufnahme ne ja ich muss sich ja mal konzentriert ne ja ich bau nicht gerne bei sowas ja und ich warte das geht doch voll easy und ich warte dass die Endermans kommen wenn ich jetzt in die Ecke also Julian wer bist du ich bin der Julian Harald willst dass ich dich töte nein hab ich nicht gesagt ey Jürgen was hab ich für ich hab ich für ich hab ich von uns allen die wenigsten Tode oder das weiß ich nicht steht das irgendwo die Tode zusammen nein aber in diesem Projekt doch steht 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 warte steht ah stimmt seit letztem Tod sind 1,14 Stunden vorgang ja mit Dorfwunder gar nicht 20 mit Dorfwunder gesprochen und hat 2 was ich die Verlust 155 Tode wie viel Tode wie viel Tode wo steht Tode äh ist Grau unterlittener Schaden übergedötete Kreaturen nein 31 31 31 Tode ja will sie verarschen nein wirklich ich schwöre auf alles ich hab 149 das kann sogar sein und Julian hat noch mehr und Julian hat noch mehr ich hab 100 ey 114 hab ich und Julian hat noch mehr also das kann doch sein alter auf wie viel getötete Kreaturen lehrt ähm warte Statistiken wo steht das denn getötete Spieler getötete Spieler getötete Spieler hab ich 45 getötete Spieler warte hab ich 5 getötete Spieler wo ist es gefangener Fisch 3 oh 116 lehrt du wie viele 45 ich hab 116 ich hab getötete Kreaturen 12.022 ja ich hab 11.400 oha ich hab 2685 nur ja aber du bist ja auch viel kürzer dabei ok ja stimmt ich hab Sprünge 78.000 warte Sprünge warte was also Sprünge also Sprünge wie viel lad lad 78.000 was nur ich hab 171.000 ich hab 43.680 Alter du hast voll wenig weil dafür dass ich so lange äh ich hab gelaufen ich hab gelaufene Strecke Julian weißt du wie viel ich hab wie viel 300 äh 96 Kilometer äh gelaufene Strecke wo steht das ganz oben fast äh gelaufene Strecke wie viel 300 äh 96 ich hab 820 ich hab 390 Kilometer Kilometer und ich hab Spieldauer 3,25 Days warte 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 das Spieldauer wo ist das Spieldauer äh wie viel 3,25 ich hab 6,81 Spieldauer wo ist denn Spieldauer fast so oben fast ganz oben jah äh äh 2,75 Tage äh äh mit der Blöcke oder sich abgebaut hat und es kann auch noch Schicksal dieser insgesamt weiter wie viel wie viel klinische nicht also steinig abgebaut haben 3900 hat es schon es kann ja nicht sein doch nicht mehr ich kann ich kann aber ich kann aber nicht 352 Steine zerstörter das geht nicht es ist nicht ganz aktuell ich hab schon 71 Büsche abgebaut ich hab jetzt schon 1.670 Holzstämmer aber das ist nicht so viel dabei hab ich gerade 7 Stacks gefahren lol what the fuck ich hab 102 Büsche zerstört zwei nur diese Totenbücher ja ja meine ich ja ich hab 71 davon getötet getötet sie wurde erst einmal von einem Zombie getötet was nicht möglich du wurdest noch nie von einer Spinne getötet Sklatt hat sich erst einmal getötet dreimal von Krieger Okina Nullmal von Schleim Nullmal von Gas dreimal weiß um die Branche in die Statistik nicht richtig weil ich weiß dass bei mir stand mal Null Tode das kann ich weiß Julian sagt 10.000 Endermänner getötet bei der Endermänner habe ich auch richtig viele glaube ich getötet aber du hast viel mehr ich hab 7300 aber warte warte Creeper hat sich siebenmal getötet Skelett viermal Spinne ich wurde da nie von der Spinne getötet krass Zombie achtmal Schleim noch nie last viermal Zombie Pikmin siebenmal Enderman einmal wozu wie oft wurde von Endermann getötet noch nie noch nie krass der ist hier der Pro oder einfach der aber du hast auch nicht so viel ganz ganz ehrlich Lennart ist der der niemanden äh der noch nie getötet worden ist so von uns der aber alle tötet äh ich hab durch ich hab nur 45 Kills und Julian hat über 100 äh ich ach egal ich hab drei alter äh ich bin noch viel länger dabei und von Exor ich wurde auch von Exor viel öfter getötet und ich hab Exor auch viel öfter getötet ich frage mich den ich getötet hab Exor wahrscheinlich weil ich glaub Julian hab ich noch nie getötet Exor hab ich nur drei oder vier mehr getötet doch mich hast du mich meinst du nicht nein dich doch nicht den anderen boah mich hast du so oft schon getötet ja du mich auch ich erinner mich noch als Exor und du durch sein Portal gegangen seit und der ihr da runtergefallen seid oh das war so scheiße ich hasse dich dafür nein ich hasse dich eigentlich nicht aber da das war so geil das war so geil ich hab schon ich hab 24 Level ich muss mal statistisch gucken dann kommen immer neue da so Kreaturen Enderman Enderman ich hab schon äh 19 nein 100 1.949 Enderman ich will jetzt mal sagen das war's für eine Folge mit Minecraft zusammen mit David und Tim äh mit Lad und Tim Halt's Maul das machst du extra du Christa tschüss 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 tschüss